Woher genau stammen eigentlich die Naturgesetze? Und ich meine jetzt nicht die Gesetze-Gesetze, sondern woher stammt die Bezeichnung Naturgesetze? Also wie kommt man darauf, etwas als Naturgesetz zu bezeichnen? Was hat die Frage mit dem christlich-jüdischen Weltbild zu tun? Und wie hat dieser Mischmasch an Informationen, wie hat der die moderne Wissenschaft geprägt? Das sind Fragen, mit denen wir uns hier heute in dem Video auseinandersetzen möchten. Damit herzlich willkommen auf dem Kanal FaithBundScience. Ich bin der Jascha Schmitz und der Kanal hier ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen, zu lernen, das zu optimieren im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Naja, und dafür hinterfragen wir hier dann ganz unzensiert oder möglichst unzensiert. Solche Fragen wie diese hier, Ursprung der Naturgesetze, was hat es damit auf sich? Natürlich, da möchten wir uns reinknien und das Ganze hier wird sich weiter widmen. Das ist jetzt der zweite Teil. Ich verlinke hier oben die Playlist, wenn du den ersten nicht gesehen hast. wird sich entlanghangeln an folgendem Buch, The Return of a God Hypothesis, also die Rückkehr der Gott-Hypothese, wo der Autor Stephen Meyer mal die Wissenschaft auf den Prüfstand stellt, beziehungsweise die historische Entwicklung mal zeigt, wie wir überhaupt zu der heutigen Wissenschaft gekommen sind, die wir haben, die eine gute Sache ist, die empirische Wissenschaft. Und ja, ob es da im Grunde genommen auch Ansätze gäbe zu sagen, ja, dass es eben Gott gibt oder nicht. Also das wird in dem Buch halt diskutiert. Und hier in der Folge sind wir jetzt in der Geschichte der Wissenschaft. Und dieser Frage, ja, wie hat es jetzt, was hat das jetzt mit diesen Naturgesetzen auf sich? Und da möchten wir in den ersten Punkt einsteigen und wir wollen drei Metaphern untersuchen. Und die erste Metapher, mit der wir uns da genau beschäftigen möchten, das ist folgende. Wo habe ich es? Hier sieht man schon was. Also was könnten die erste Metapher sein? Gar nicht so schwer zu erraten. Und zwar die erste ist das Buch der Natur. Also das Buch der Natur, das ist das erste, was wir uns anschauen möchten. Das zweite wird dann sein Urwerk, gerade schon gezeigt. Und das dritte eben diese Thematik Naturgesetz. Und die bauen nämlich aufeinander auf und führen im Grunde genommen zu der Sache Naturgesetz hin. Deswegen gucken wir uns das kurz an. Die ersten beiden gehen auch ein bisschen schneller. Bei Naturgesetz bleiben wir einen Ticken länger. Ja, und wie fing das an? Wollen wir mal gucken immer, wer hat wann diese Metapher benutzt? Also wann ging das los? Dann, wie ist das mit dem christlich-jüdischen Weltbild in Einklang zu bringen? Also wie hängt das damit zusammen, diese Metapher, die da genutzt wurde? Und wie hat das dann als drittes die Wissenschaft, die Entwicklung der modernen Wissenschaft geprägt? Also das Buch der Natur, wann nahm das sozusagen Einzug in die Geschichte? Wann wurde das von Theologen oder Wissenschaftlern dann genutzt? Und da könnte man sagen, das ging so los im vierten Jahrhundert. Also im vierten Jahrhundert, da haben wir zum Beispiel Antonius den Großen. Und Stephen Mayer schreibt hier, oder er zitiert hier Antonius den Großen. Also wie hier steht, das war ein christlich-ägyptischer Mönch, Asket, Einsiedler. Und der hat eben dann auch bestimmte Schriften veröffentlicht, die von anderen nachher aufgegriffen wurden. Zitat Wir sind nach dem Bild und Gleichnis unseres Schöpfers geschaffen und mit Verstand und Vernunft begabt, so dass unsere Natur vollkommen ist und wir Gott erkennen können. Auf diese Weise konnten wir, indem wir ständig die Schönheit der Geschöpfe betrachteten, durch sie hindurch, jetzt kommt's, Als wären sie Buchstaben und Worte, Gottes Weisheit und Vorsehung über alle Dinge lesen. Also hier ist dieser Antonius der Große, der das so gesagt hat. Genau. Ich glaube, ich habe hier gerade den falschen offen. Der hier war es nicht Antonius, sondern Basilius der Große. Ich nehme alles zurück. Also Basilius von Caesarea, der war es gewesen, nicht dieser Antonius. Der hat was ähnliches gesagt. Egal. Also da ging es aber auf jeden Fall los. Hier 330, so vierte Jahrhundert. Andere einflussreiche christliche Theologen wie Augustinus Maximus der Bekenner und später Thomas von Aquin verwendeten routinemäßig die Metapher der zwei Bücher. Jetzt jemand, der im christlichen Kontext sich bewegt, ist das vertraut, dass man sagt, Gott offenbart sich durch das Buch Bibel, aber er offenbart sich auch durch die Natur, durch das Buch der Natur, die Dinge, die da geschrieben sind. Und das ist eben eine relativ alte Metapher, die sehr früh dann eben schon gebraucht wurde. Und warum ist das mit dem christlich-jüdischen Weltbild gut vereinbar, diese Metapher? Naja, weil es im Grunde genommen in der Bibel selbst so schon beschrieben wird. Ganz deutlich in Psalm 19. Ich zitiere das hier mal und ich mache es hier auch nochmal größer. Psalm 19 in Vers 1, also wo hier der Psalm losgeht. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Also hier ist so dieser Vergleich ja mit einer Stimme, da verkündet der Himmel die Herrlichkeit Gottes, aber jetzt natürlich nicht buchstäblich mit dem Mund, sondern durch das, was gesehen wird am Himmel, Nacht für Nacht, die Sterne, die da zu sehen sind. Also hier ist schon mal so ein Hinweis darauf, dass die Natur wie ein Buch ist, in dem man Gottes Herrlichkeit erkennen kann. Oder im Neuen Testament, Römer Kapitel 1, Vers 20, wo der Paulus schreibt, denn sein Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Genau, also da haben wir einen anderen Hinweis in der Bibel, deswegen christlich-jüdisches Weltbild. Da sehen wir, da ist so diese Beschreibung, ja die Wesensmerkmale Gottes kann ich in diesem Buch der Natur ja auch erkennen. Also hier wird es noch nicht Buch genannt, das ist in der Bibel jetzt nicht drin, aber diese Metapher hat sich daraus dann im vierten Jahrhundert etabliert. Buch der Natur. Okay, easy. Wie hat das die Wissenschaft beeinflusst? Zitat, Die Metapher vom Buch der Natur implizierte auch die Legitimität wissenschaftlicher Bestrebungen, da sie bekräftigte, dass die Natur eine sekundäre Quelle autoritativer Offenbarung über den Charakter und die Weisheit des Schöpfers darstellt. Dies deutende darauf hin, dass Wissenschaftler die Natur studieren und ihre Geheimnisse ergründen konnten, jetzt interessant, ohne sich mit Theologen darüber beraten zu müssen, ob ihre Ergebnisse theologisch einwandfrei wären. Also das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich, dass hier gesagt wurde, ja okay, wir haben ja zwei Quellen der Offenbarung Gottes, das heißt, ich darf auch diese Quelle der Natur einfach separat mal betrachten und darf daraus Schlüsse über Gott ziehen und muss nicht immer meinen Bischof fragen deswegen. Also das war im Grunde genommen so dieser Gedanke, der damit auch aufkam, das Buch der Natur lesen zu können. Ja, und so schreibt er hier noch, zog Robert Boyle beispielsweise nie die Möglichkeit in Betracht, dass das Studium der Natur den Glauben an Gott untergraben könnte, sondern betrachtete die Hingabe an das Studium der Natur ebenso wie die Hingabe an das Studium der Schrift als ein Akt der Frömmigkeit. Das Zitat von ihm, zumal er glaubte, Gott wolle, Zitat, dass seine Werke betrachtet und zur Kenntnis genommen werden. Das ist aus dem Buch von Boyle oder der Schrift Some Considerations Touching the Usefulness of Experimental Natural Philosophy. Also da hat er das so gesagt, dass er das als Akt der Frömmigkeit sieht, sich mit der Natur zu beschäftigen. Also ganz im Gegenteil von diesem Kampf Wissenschaft gegen Religion oder gegen Glauben. Hier Robert Boyle als Vordenker der modernen Chemie und der eben wirklich naturwissenschaftlicher Vordenker und Forscher war. Ja, der hat hier gesagt, nee, das lässt sich doch hervorragend vereinbaren. Das ist doch eine super Sache. Genau, also das mal so als der Ersten, den wir uns hier angeguckt haben. Es geht weiter und zwar mit dieser Sache, was ich gerade schon erwähnt habe, nämlich der Metapher des Uhrwerks. Ja, irgendwie auch interessant, dass mit der Entwicklung von Technologien auch andere Metaphern genutzt wurden oder auch der Blick sich geöffnet hat für andere Dinge. So ein bisschen wie man heute das Gehirn immer mit dem Computer vergleicht, wenn man nichts anderes hat. Oder jetzt Künstliche Intelligenz. Also diese Parallelen, so hat man dann vorher halt andere Vergleiche gehabt. Und irgendwann kam das eben auch, die Natur als Uhrwerk oder das Universum als Uhrwerk zu sehen. Wann war das? Ja, das war so in dieser Entwicklungszeit der modernen Wissenschaft, 14. bis 15. Jahrhundert. Führende Naturphilosophen während der wissenschaftlichen Revolution verwendeten häufig eine andere Metapher. Sie bezeichneten die Natur häufig als eine Uhr oder allgemeiner als eine Maschine. Diese Metapher, die auch mit Robert Boyle und Nicolas Oresme, eine Philosophen und Wissenschaftler an der Universität von Paris im 14. Jahrhundert einzugen haben, Moment, jetzt bin ich hier weggesprungen, das wollte ich wieder gar nicht. Es tut mir leid, gerade hier ein wenig konfus. So, Nicolas von Oresme, den wollte ich eigentlich anklicken, deswegen bin ich hier weggerutscht. Also diese Metapher des Uhrwerks, ich lese hier nochmal, die auch mit Robert Boyle und Nicolas von Oresme, Oresme, einem Philosophen und Wissenschaftler der Universität Paris im 14. Jahrhundert, in Verbindung gebracht wird, impliziert sowohl die Kontingenz als auch die Intelligenz der Natur. Also hier, 14. Jahrhundert, da ging es los, dass man einordnen kann, Robert Boyle, dieser Nicolas von Oresme, die, oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht hier, also französisch, keine Ahnung, die haben auf jeden Fall, ja, so sagen es die Wissenschaftshistoriker, bei denen ist so dieser Vergleich des Uhrwerks zu finden. Da startete das, dass die Natur mit einem Uhrwerk oder mit einer Uhr verglichen wurde. Warum ist jetzt wieder, zweite Frage, warum ist das mit dem christlich-jüdischen Weltbild jetzt vereinbar oder warum ist das damit verbunden gewesen? Wie läuft das wieder zusammen, diese Geschichte? Lese ich hier nochmal vor. Die Metapher besagt, dass die regelmäßigen Abläufe in der Natur durch das Zusammenspiel der materiellen Teile oder Mechanismen der Systeme erklärt werden können, die der göttliche Uhrmacher in der Natur eingebaut hat. Gleichzeitig implizierte die Uhrwerk-Metapher, dass das System des Universums als Ganzes wie auch bestimmte lebende Systeme ihren Ursprung dem Akt einer gestaltenden Intelligenz verdanken, Beuils großem göttlichen Konstrukteur Gott. Also da hat man eben diesen Vergleich gezogen, ja so wie ein Uhrmacher, eine komplexe Uhrmacht. Das war damals dann eben, kam das ja auch alles auf, bis da Fortschritte waren. Und ja, so kam dieser Vergleich dann das Universum so als Uhrwerk zu sehen oder die Natur als Uhrwerk oder mechanischer zu betrachten. Und jetzt wäre wieder die Frage, wie dieser Vergleich die Wissenschaft beeinflusst hat. Auch hier nochmal, Boyle ging nicht nur von der Verstehbarkeit der Natur aus, er glaubte auch in der Natur Beweise für einen intelligenten Designer zu finden. Davis geht sogar so weit, Boyle als den Vater der modernen Theorie des Intelligent Designs zu bezeichnen. Und da mal ein Zitat oder möchte ich ein, zwei Sachen nochmal zitieren von diesem Artikel hier von Ted Davis. Der ist sehr, sehr lang und beschäftigt sich mit Robert Boyle, seinem Leben und seiner Einstellung zu ja wissenschaftlicher Forschung und diesem Gedanken darin, Design erkennen zu können. Und ich meine jetzt nicht dieses, was manchmal in Verruf kommt, intelligent design zu sagen, die Erde ist jetzt buchstäblich irgendwie 6.000 oder 7.000 Jahre nur alt oder so, sondern wirklich dieses, naja, den Blick dafür offen halten zu sagen, weisen Dinge, die ich beobachte, wie bei einer Uhr, weisen die auf einen Konstrukteur hin. Also da beschäftigt sich dieser Artikel hier mit, von dem Ted Davis. Genau, und betrachtet das historisch, jetzt anhand von Robert Boyle, diese Uhrwerksgeschichte, weil er nahm es eben seinen Anfang, der schreibt hier, in Verbindung mit seinem Engagement für die mechanische Philosophie vertrat Boyle auch den methodologischen Naturalismus, die philosophische Position, das Wunder, keine geeigneten wissenschaftlichen Erklärungen sind. Gleichzeitig war er offensiv für intelligentes Design. Wie wir bereits gesehen haben, sah Boyle in der mechanistischen Philosophie einen mächtigen Verbündeten für die Religion und die Uhrenmetapher, war ein wesentlicher Bestandteil seiner Apolegetik, also seiner Verteidigung des Glaubens. Er fand die mechanistische Philosophie aus zwei nahezu entgegengesetzten Gründen attraktiv. Und das ist jetzt interessant, also warum fand er diese Urwerksidee so gut? Jetzt wird hier gesagt, zwei entgegengesetzte Gründe, die er für sich vereinbaren konnte. Erstens, also einerseits, lenkte diese Metapher die Aufmerksamkeit tiefer in die Natur hinein, indem sie die geschaffenen Mechanismen selbst als die eigentlichen Gegenstände unserer wissenschaftlichen Untersuchungen hervorhob. Also man muss genau hingucken, man muss das genau prüfen, was da drin ist. Das ist so die eine Sache bei dem Urwerk. Andererseits lenkte sie unsere Aufmerksamkeit von der Natur selbst hinweg, indem sie deutlich und kraftvoll auf denjenigen verwies, der sie in hervorragender Weise gestaltet hatte, als das eigentliche Objekt unserer Verehrung. Mit anderen Worten, verfolgen sie fleißig die physikalischen Ursachen der Dinge, denn das ist die Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird, aber gleichzeitig ist der Plan manchmal in der Gesamtstruktur, die man untersucht, erkennbar. Also bei der Uhr ist es ja auch so, bei der Uhr, die hat einen bestimmten Sinn und Zweck, den erkenne ich, wenn ich das als Gesamtheit sehe und vielleicht auch die Bestimmung dieser Uhr, warum, wofür ist diese Uhr jetzt da? Eine Bahnhofsuhr hat eine bestimmte Bestimmung und so. Und dann erkenne ich vielleicht auch noch besser, wenn ich den Zweck erkenne, dass ein Uhrmacher dahinter ist und so. Also das ist eine Seite dieser Metapher des Uhrwerks. Die andere Seite, die Beul aber klasse fand, war eben dieses, ja, ich kann in die Mechanik mich vertiefen. Ich kann ganz genau reingucken, um zu verstehen, wie die Sachen ineinander greifen und wie diese Mechanismen halt wirklich, ja, eine Harmonie bilden, wie die aufeinander basieren. Und diese beiden Sachen, ja, die hat er unter einen Hut gekriegt. Und ist ja eigentlich gut so. Das ist doch eine schöne Variante. Warum soll ich jetzt nur die Wissenschaft sehen und diese Mechanismen und das andere ausschließen wollen? Also das, ein holistisches Bild, ein systemisches Bild davon zu haben, ein Bild, wo ich dann auch über Sinn und Zweck nachher nachdenken darf oder wo ich die Augen dafür auflassen darf, ob eben, ja, eine Sinnhaftigkeit oder ein Designer erkennbar wäre. Ein Uhrmacher. Also das ist, da kommt es ja dann eben her in dieser Zeit damals. Also wir sehen hier, hier haben wir einen Vordenker der wissenschaftlichen Methodik, Robert Boyle, der eine Metapher hatte, die für die Wissenschaft auch, ja, was Gutes gebracht hat, dieses genauer hineingucken. Das entwickelte sich ja in der damaligen Zeit. Haben wir auch im letzten Video dann schon drüber gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch jemanden, der gleichzeitig die Augen nicht verschlossen hat vor der Frage, ja, kann da ein höherer Zweck dahinter sein? Ja, Uhrmacher. Und daraus, aus dieser Sache des Uhrmachers, daraus kommt jetzt eigentlich dieser letzte Punkt hier. Und zwar, ja, die Naturgesetze, hier bei dem Bild, mit den ganzen Formeln. Das sind das, was wir mathematisch beschreiben können heutzutage, was du und ich, wo wir wissen, ja, es gibt Naturgesetze. Und es ist eigentlich überhaupt verrückt, dass die Dinge mit Mathematik so beschrieben werden können, so konsistent. Und da wäre jetzt die Frage, ja, wann fing das an, dass man Sachen als, oder dass dieser Begriff der Naturgesetze aufkam? Wann ging das los? Und das war auch von Naturphilosophen während dieser wissenschaftlichen Revolution. Also das war eigentlich ein ähnlicher Zeitraum, wo wir gerade waren, im 14. Jahrhundert. Da schreibt Meier hier in seinem Buch, viele begannen, die natürliche Welt als einen von Gesetzen beherrschten Bereich zu charakterisieren und versuchten zu entdecken, was sie die Gesetze und versuchten zu entdecken, was sie die Gesetze in der Natur nannten. Genau. Diese Metapher drückte teilweise eine Idee aus, die in der zuvor diskutierten Metapher des Uhrwerks enthalten war. Da viele Naturphilosophen davon ausgingen, dass die Natur als eine Art göttliches Uhrwerk charakterisiert werden könne, erwarteten sie, dass sie eine Regelmäßigkeit in den Abläufen der Natur beobachten können. Du merkst, es baut aufeinander auf. Also da kam als erstes diese Uhrwerksidee auf, aber dann im gleichen Atemzug, kann man fast sagen, der damaligen Zeit. Ja, da schlussfolgerten dann eben die Naturphilosophen, damals noch nicht Naturwissenschaftler, entwickelte sich ja gerade so die heutige Naturwissenschaft, aber sie schlussfolgerten, dass man dann doch auch so eigentlich Gesetze erkennen müsste. Daher kam das oder da kam es auf und jetzt wieder die Sache, ja wie ist dieser Gedanke denn mit dem christlich-jüdischen Weltbild verbunden? Meier schreibt weiter, die Metapher der Naturgesetze ist Ausdruck eines jüdisch-christlichen Verständnisses der Beziehung der Natur zu Gott, dem göttlichen Gesetzgeber, der die Existenz der natürlichen Welt aufrechterhält und für ihr geordnetes Funktionieren sorgt. Wie ist das jetzt im Vergleich zu anderen Religionen? Also christlich-jüdisch ist ja monotheistisch, das ein Gott. Er schreibt hier, da Animisten, Polytheisten und Pantheisten hingegen die Existenz vieler Geister oder Götter bejahten, von denen jeder auf unterschiedliche Weise mit der Natur interagieren konnte, hatten sie keinen Grund zu der Annahme, dass die Naturphänomene gleichförmig und geordnet sind. Ja, also ganz interessant, das war halt so dieser Gedanke, ja wenn es da verschiedene Götter gibt, dann kommen die sich vielleicht in den Quere, warum soll man davon ausgehen, dass es da irgendwie eine Ordnung, eine Gesetzgebung sozusagen dahinter gibt, wäre jetzt polytheistisch nicht der logischste Ansatz gewesen, aber christlich-jüdisch monotheistisch macht das halt mehr Sinn, eine Gesetzgebung, also eingeordnetes System dahinter, was ineinander greift. Die antiken Hebräer hingegen glaubten, also antike Hebräer, Bibelschreiber, die antiken Hebräer hingegen glaubten, wie Calvin es ausdrückte, dass das Universum von einem einzigen Gott regiert wird und nicht das Produkt der Launen vieler Götter ist, von denen jeder seine eigene Provinz nach seinen eigenen Gesetzen regiert. Calvin identifizierte, wie viele Historiker und Wissenschaftsphilosophen diesen Glauben an einen ordnungsliebenden monotheistischen Gott als Zitat die historische Grundlage der modernen Wissenschaft. Ja, jetzt gibt es auch ganz, ich sage mal, ganz moderne Historiker, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, wie dieser Begriff aufkam, der Naturgesetze. Da gibt es den Edgar Zilsel. So, wo haben wir ihn? Hier, Edgar Zilsel. Ja, ein Wiener, österreichischer Philosoph und Soziologe, hier auf Wikipedia zu finden. Und hier über sein Werk, also seine Hauptbeschäftigung, steht hier, in seiner als Zilsels These bekannten Theorie versucht er, die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaften zu erklären. Zilsel widmete diesem Thema mehrere Aufsätze, die 1976 von Wolfgang Krohn in dem Sammelband die sozialen Ursprünge der neuzeitlichen Wissenschaft herausgeben worden sind. Also, das war eine Sache, die ihn unter anderem sehr beschäftigt hat. Ein wichtiges Werk eben dazu, was er hier zusammengefasst hat. Und ein Buch dazu findest du oder eine Ausarbeitung, wo ich ein paar Sachen zitieren möchte, findest du hier. Das verlinke ich auch. So. Genau. Also hier The Genesis of a Concept of Physical Law. Also der Ursprung, das Konzept der Naturgesetze. Damit beschäftigt er sich hier historisch und geht einfach mal durch die Geschichte hindurch von der Antike bis heute und guckt, wo taucht denn dieser Begriff Naturgesetz auf. Wie wurde er denn verwendet? Ja, und dazu mal hier ein paar Zitate. Edgar Zilsel argumentiert, dass das Konzept der Naturgesetze eine juristische Metapher theologischen Ursprungs ist. Er zeigt, dass die ersten Menschen, die sich die Natur als ein von außen gesteuertes System vorstellten, in der Tat die alten Hebräer waren. Also Bibel. Zilsel stellt fest, dass verschiedene Bibelstellen aus dem Buch Hiob, den Sprüchen, den Psalmen und sogar aus den verschiedenen prophetischen Büchern andeuten, dass Gott Gesetze oder Dekrete erlassen hat, die dem Bereich möglicher Naturphänomene Grenzen setzten. Er argumentiert, dass diese Bibelstellen sowie die Vorstellung einer einzigen allmächtigen und allwissenden Gottheit, die über die Natur herrscht, entscheidend zur Entstehung des modernen Konzepts der Naturgesetze im 17. Jahrhundert beigetragen haben. Also interessant. Er sagt jetzt hier so, okay, wenn man geschichtlich zurückgeht, findet man in der Bibel Aussagen, wo Gott Gesetze erlässt, die zum Beispiel Wasser, Himmel oder sonst was einschränken, also wo Gesetze erlassen werden, die die Natur kontrollieren. Also in der Bibel ist das zu finden eigentlich ein Bild von Natur Gesetzen oder Erlassen Gottes, die die Natur beeinflussen. Wie ist das bei jetzt anderen Kulturen gewesen? Man denkt doch immer irgendwie so, meine Herren, in der Vergangenheit, die Griechen waren noch so unglaublich fortschrittlich. Philosophie der Griechen, haben die nicht irgendwo vielleicht viel mehr noch über Naturgesetze gesprochen, als die alten Hebräer jetzt in der Bibel? Also ist das vielleicht viel präsenter bei denen gewesen? Haben die das schon mal rausgearbeitet, dass das für uns dann heute irgendwie ersichtlich wurde? Ja, der Frage hat sich Zildel auseinander gesetzt, hat da eben Schriften von Platon, Sokrates und so weiter, das wohl untersucht und hier steht deswegen in dem Buch von Stephen Mayer über dieses Buch hier, über diese Ausführung, der Genesis and Concept of Physical Law, dass das zu finden, Zitat, also jetzt von Mayer, Im Gegensatz dazu stellt Zildel fest, dass die griechischen und römischen Philosophen der Antike einschließlich derer, die sich für die Natur interessierten, den Begriff Naturgesetze oder Naturrecht nur selten verwendeten, wie er erklärt, Zitat von ihm, in der Zeit der Sophisten wurden die Begriffe Gesetz und Natur also diese Kombination sogar zu Gegensätzen wobei der Begriff Gesetz alles bezeichnete, was vom Menschen künstlich eingeführt wurde. Also da war es eher dann sogar negativ belegt, schreibt er hier, dass der Begriff Gesetz in dieser Zeit der Sophisten eher auf was Menschen gemachtes hindeutete, jetzt nicht auf die Dinge, die wirklich inhärent in der Natur sind. In ähnlicher Weise bemerkt er, dass der atomistische Philosoph Demokrit nichts von Naturgesetzen wusste, obwohl er versuchte, alle physikalischen Phänomene durch Ursachen zu erklären. Also Demokrit sagt nichts von Naturgesetz. Darüber hinaus stellt Zilsel fest, dass die bedeutendsten griechischen Philosophen Platon und Aristoteles den Begriff Naturgesetze zur Beschreibung von Naturphänomenen einfach nicht verwendet haben. Spätere griechische und römische Philosophen sowie christliche Philosophen, die stark von den alten Griechen beeinflusst waren, kannten entweder das Konzept der Naturgesetze nicht oder verwendeten es nicht, um wiederkehrende physikalische Phänomene zu beschreiben. Also über diese ganze Zeit hinweg, was wir jetzt hier hören, also griechische Philosophie, römisches Reich, dann alles, was danach kam, bis zum 16. Jahrhundert, in dieser ganzen Zeit ist der Begriff Naturgesetz, also für das, wie die Natur funktioniert, nicht vorhanden, so wie er das erforscht hat. Der war nicht wirklich präsent und falls er irgendwo präsent wurde, wurde nicht drüber geschrieben, also es ist nichts erhalten davon. Erst im 16. und 17. Jahrhundert, nachdem das westliche Christentum begonnen hatte, sich stärker auf die Bibel als Autoritätsquelle zu stützen und einige der oben besprochenen Passagen wieder aktuell wurden, tauchte der Begriff Naturgesetze in den Schriften von Philosophen und Wissenschaftlern wie Bacon, Descartes, Kepler, Huygens, Richard Hooker, Boyle und Newton auf, um natürliche Regelmäßigkeiten zu beschreiben. Ja, also sehr interessant, was er hier in dieser langen, langen Ausarbeitung so drin hat an historischer Forschung, um einfach mal zu zeigen, ja, der Begriff Naturgesetze, der kommt vor, bei den Hebräern, den Antiken, also in der Bibel ist das zu finden, von daher haben auch wieder den Bezug, christlich-jüdischer Weltbild, also das ist schon nachvollziehbar, dass es eben da vorhanden ist, aber in anderen Kulturen, auch Ägypten und so weiter, also er geht da wirklich auf etliche Sachen ein, hier in der Schrift, da spielte dieser Begriff Naturgesetz keine Rolle. Ja, dann kam es erst auf, wie er hier geschrieben hat, im 16. und 17. Jahrhundert, und das auch wieder christlich geprägt. Also die Sachen, die wir heute nutzen, wissenschaftliche Methodik, Naturgesetze, von denen wir sprechen, haben interessanterweise ihre Wurzeln, und da wie gesagt auch letztes Video hierzu, ihre Wurzeln im christlich-jüdischen Weltbild, im christlichen Gedankengut hier. Wie hat das jetzt die Wissenschaft beeinflusst, die Entwicklung der Wissenschaft? Das ist die Frage, wollen wir uns ja auch noch stellen. Diese Auffassung der Naturgesetze hatte mehrere positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Wissenschaft, wie wir sie heute erkennen oder heute kennen. Erstens glauben die Naturphilosophen nicht mehr oder glaubten die Naturphilosophen nicht mehr, dass sie die Funktionsweisen der Natur aus anderen Axiomen oder ersten Prinzipien ableiten konnten. Letztes Video, das haben die alten Griechen so gesehen, die hatten so die Vorstellung, du musst gar nicht unbedingt tief die Natur erforschen und messen und sowas, sondern du kannst einfach durch Logik von irgendwelchen übergeordneten beobachtbaren Prinzipien kannst du einfach dann auf andere Sachen auch schließen und du musst gar nicht empirisch forschen. Ja, aber jetzt hier eben dieser Begriff der Naturgesetze oder diese Idee von Naturgesetzen widersprach dem auch. Hier heißt es weiter, stattdessen erkannten sie, dass sie die Natur beobachten mussten, um ihre gesetzmäßigen Regelmäßigkeiten zu entdecken. Das Konzept Naturgesetze förderte also die empirische Beobachtung. Also Konzept Naturgesetze, christlich, theologisch begründbar, das kommt eigentlich daher, das ist vom Monotheismus, dieser Gedanke, dass Gott als Gesetzgeber da ist, das kam dann auf und hier merken wir jetzt, okay, das hat die empirische Forschung eigentlich unterstützt, also das hat das mitbedingt, hat das gefördert. Zweitens, förderte die Metapher der Naturgesetze die Verwendung der Mathematik zur Beschreibung natürlicher Regelmäßigkeiten, da sie eine zuverlässige göttliche Steuerung annahm. Auch interessant, also man hat gemerkt, die Mathematik hat sich bewährt über die Geschichten der Menschheit hinweg und ja, da kann man zu dem Schluss, okay, wenn da ein Gesetzgeber die Natur gesteuert hat, also wenn er Gesetzmäßigkeiten festgelegt hat, dann scheint es so zu sein, dass man Mathematik nutzen kann, um das besser zu begreifen, um da halt in die Tiefe zu gehen. Ja, was ist das Resümee des Ganzen, was wir uns jetzt hier so angesehen haben? Resümee Aus einer jüdisch-christlichen Weltanschauung abgeleitete Voraussetzungen trugen dazu bei, das Fundament der modernen Wissenschaft zu inspirieren und zu formen. Die Begründer der modernen Wissenschaft sahen selbst Beweise für diese Voraussetzungen einschließlich der Vorstellung, dass das Leben und das Universum ihren Ursprung dem Wirken eines körperlosen, lebendigen, intelligenten und allgegenwärtigen Wesens verdanken. So ging es los in der Naturwissenschaft. Also es ging los mit Menschen, die an ein höheres Bewusstsein, an Gott geglaubt haben und aufgrund ihres religiösen Hintergrunds eigentlich dazu gekommen sind und haben gesagt, ja, diese Art und Weise, wie ich Gott einordne, also wie dieser Gott zu sein scheint, anhand jetzt da der Bibel, die führt dazu, dass ich auch innerhalb der Natur methodisch Gott kennenlernen kann und daher kam man eigentlich zu dieser naturwissenschaftlichen Methodik, wie wir sie heute kennen und sogar zu dem Begriff Naturgesetze. Alles hat da seinen Ursprung gehabt und Meier stellt hier abschließend die Frage, ja, wie kann denn das dann sein, dass wir von jetzt so einem Newton, der halt auch an Gott geglaubt hat oder diesen Leuten der damaligen Zeit, der wissenschaftlichen Aufklärung, als es so losging, wie kann es denn sein, dass wir von da, von Newton zu jetzt zum Beispiel Richard Dawkins, dass so ein krasser Bruch entstanden ist, also dass da wirklich Wissenschaftler manchmal sich zu bekämpfen meinen, also dass sie denken, wir müssen uns da irgendwie bekämpfen, Wissenschaft und Glaube kann nicht vereinbar sein, wir haben es bei Boyle gesehen, der hatten da ganz andere Ansichten oder die Leute der damaligen Zeit, also irgendetwas muss doch passiert sein, was zu einem so krassen Bruch geführt hat in den Köpfen vieler, jetzt nicht alle, muss man ja auch fairerweise sagen, dass es genug Naturwissenschaftler gibt, die noch auch diese Ansicht von früher haben, dass sie halt auch offen dafür sind, dass es ein höchstes Bewusstsein gibt, analytischer Idealismus, interessante Sache zum Beispiel dazu, also dennoch die Frage, wie kam es zu diesen Verwerfungen, die wir jetzt heute haben, in unserer heutigen Zeit, weil jetzt waren wir da relativ weit zurück, ein paar hundert mit dieser Frage, was dazwischen passiert ist, damit möchten wir uns dann im nächsten Video sozusagen hier aus dieser Reihe beschäftigen, damit auseinandersetzen und dieser Frage, wie kam es zu dem materialistischen Weltbild, was heute eigentlich Mainstream ist in der Wissenschaft, was vorherrscht. Das gucken wir uns dann genau an. Ja, ich hoffe, du hast Spaß gehabt, hier bei dieser Sache, bei dieser Geschichtsstunde mit dabei zu sein. Nächstes Mal gucken wir uns dann eine andere Sache an aus diesem Thema und dann gehen wir nach und nach in den Bereich der moderneren Wissenschaft, der Betrachtung des Universums, von Naturgesetzen und so weiter, um auch da diese Hypothese, diese Gott-Hypothese mal auf den Prüfstand zu stellen. Wenn du also Lust hast, lass gerne ein Abo da, ich habe es gerade schon mal eingeblendet, klick gerne unten die Glocke noch dann mit an nach dem Abo, dann kriegst du eine Info, wenn ein neues Video kommt. Wenn du einen Kommentar unten hinterlassen möchtest, freue ich mich super, also riesig, das ist immer sehr interessant da auch zu lesen, danke für alle Anregungen auch, die da drin sind und Tipps und so, also riesengroßes Dankeschön. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, finanziell, dann auch ein ganz ehrlich gemeintes großes Dankeschön, steht auch hier unten drunter, wie das geht und tausend Dank an dich, wenn du das schon machst, also kleine Spende irgendwie, bin ich super dankbar, egal was es ist für ein Betrag, das ist einfach immer, geht mir das Herz auf, total lieb, weil ich damit einfach mehr Zeit habe, nach und nach hier, auch für diese Sachen und hoffen, da einfach mehr präsentieren zu können. Genau, soweit, so gut, ich habe mich gefreut, dass du dabei warst und wünsche jetzt erstmal eine super schöne Woche und freue mich, bis zum nächsten Mal.